Moin, ich bin's, der Promi-Produzent. Ja, und zwar, ja, ich laufe heute ein bisschen, es geht nicht anders. Maximieren sich zum Kinderwagen, genau. Ja, wir laufen ganz schnell. Und zwar wollte ich nur kurz sagen, herzliches Beileid, der Harry Potter Star. Snape ist tot. Das wollte ich euch nur kurz mitteilen. So, da hinten wartet Harry Potter jetzt. Da müssen wir hin und dann, ja, gedenken wir an den Snape. Das war ja eigentlich auch mal ein böse Wicht da bei Harry Potter, aber mein herzliches Beileid leider verstorben. RIP!